Musik Ballos ist der Name dieses Folklore-Tanzens von den gekladen Inseln Griechenlands. Dieser Tanz hat drei Schritte und wird von einem Mann und einer Frau getanzt. Es ist ein Werbungstanz und dementsprechend gestaltet die Tänzer ihre Ausdruckweise und suchen stets die Kommunikation mit den Partnern. Es gibt keine räumliche Positionierung. Die Tänzer beanspruchen den vonhandenen Raum beliebig. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. 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 Eins, zwei, drei.